nach wo ich da denke ich mal außer du kommst nach wo ich da nicht mehr weiß ich jetzt 18 minuten haben wir noch ein junkmittel ist nach unten drin ich wollte mal bauen erst mal kurz kochen und dann weiß ich noch nicht ob ich dann wieder ankommen du hältst deine verdammte fresse genau das ja hallo nick was gibt es hier für ein problem sie kommt gleich dann sag ich jemanden schönen gruß selber denn nick will mit dir reden ja hallo mareike und jetzt erst hallo hallo mareike hallo einen wunderschönen guten tag ja ebenso nimm mal deine pflichten als frau war der bernd hat gesagt er muss kochen das geht so nicht natürlich geht das ich muss putzen also kann er kochen ja ich höre nick ja eigentlich wollte ich nichts sagen ich wollte mich bloß vergewissern dass es dir gut geht ach so siehst du er wollte eigentlich nichts sagen das ist wie bei dinosauriern da hat man auch keine angst nur respekt davor so so ja dann mal gucken wie es aussieht wenn wir wieder da sind ne ja 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 ich bin mal gespannt wie es aussieht wenn ich mal wieder vorbeikomme ja machen wir ja bald ok ja gut ja aber ich bei euch meine ich was ich bei euch ja dann bewegt mal deinen arsch hierher ja kann sich nur noch um um wochen handeln um wochen ja wie viele ist ja egal aber ach so ne muss ich gucken wann ich Urlaub hab das nächste Mal ich meine das Jahr hat ja hier noch wochen ne ja ja richtig ja ja das ist mir schon klar ja der bernd wollte mich ja eigentlich auch mal besuchen kommen ach wollte der bernd das ja hat er gesagt aber der hat der hat ja nie urlaub zur freien verfügung du würdest ihn ja immer festketten was tue ich ich kette den bestimmt nicht fest du bist froh wenn er außer haus ist gell ne ja ach nix Schatz alles gut er hat gerade gesagt also der Patrick hat gerade gesagt ich würde dich ja festketten du hättest nie freien Urlaub zur Wahl na hab ich gesagt das stimmt ja gar nicht kannst machen was du willst ne sag ich ja auch immer da sagt er dass ich froh bin wenn du aus dem haus bist das ist ja ja ha 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 ach nee naja ja müssen wir ja mal gucken ob diese ob diese Bootsfahrt die da hier ist dann aber ich glaub nicht Bootsfahrt? das war lustig ja das was wir im Schwimmbad gemacht haben äh du meinst Badewanerrennen ja genau ich auch ja da hatten wir aber echt Glück ey dass das gerade an dem Wochenende war ey ja ist echt so weil der Frau lacht sich heute noch kaputt ey wenn die das Video sieht ja das war ja auch geil das war echt cool was? achso ich soll jetzt sagen er kocht jetzt okay dann kannst du ja für ihn weiterspielen ich will weiterspielen genau ja wir haben eine Maßnahme ja das arm also ne Mareike mach dir nichts draus du hast Tittenboden das läuft alles achso na dann das Problem ist nur dass der Bernd dann sehr weit absteigen würde wenn ich spielen würde ist doch egal das ist doch nicht dein Problem stimmt auch wieder wie funktioniert das mit dem Zielen? ach komm ey so schlimm ist es auch nicht so schlimm ist es auch nicht ich habe es ja auch mal gespielt aber schon Ewigkeiten her ja meine Frau kann nicht sprügeln bis sie an den Rechner geht ey ja genau Counter Strike richtig Nick ja aber wir spielen ja was anderes ich spiele ja kein Counter Strike ja aber da musst du genauso zielen und schießen ja nein anders anders ja also ich habe bei Counter Strike noch nicht viel gezielt außer du hast eine AWP oder was denn ich läster nicht ich habe nur gesagt ich könnte mehr prüscheln bis du an PC gehst das ist kein läster das ist die Wahrheit ja jetzt sind nicht alle so PC verrückt wie ihr ja genau gebt mal lieber mein Geld aus was ich verdiene ja das ist eine Topmaßnahme es kann ja nicht jeder so süchtig sein nicht süchtig würde ich jetzt das nicht verhauen also Sucht ist anders Sucht ist anders ja das ist wie Thomas anders das willst du einen Kuss ja ja wie Thomas anders du bist auch anders Nick anders Nick anders ist er ja richtig das ist manchmal ein Vogel anders das ist manchmal ein Vogel anders ein Vogel anders ne Nick ich habe gehört Nick gibt es Probleme ja du bist es oder beziehungsweise du hast es Problem und zwar drei du lebst du weißt und du tust nichts dagegen ja siehste das ist schonmal ein Problem dieses Problem kann man lösen aber nein das sind drei Probleme das sind drei Probleme Nick sollst du hier nochmal buchstabieren ja drei sind drei zu viel ja ich glaube wir müssen den Nick mal helfen ja das wäre nett ja das wäre nett aktive Sterbehilfe leisten ja genau warte mal ganz kurz hat geklingelt ja ich habe es gehört der Hund ist ausgerastet ey achja immer diese Frauen ja schlimm gell schlimm ruhig brauner ah der Hund ist eigentlich ganz cool äh der rastet aber voll schnell gerne aus eigentlich so so wie der Bernd der rastet auch gerne mal aus aber so richtig der rastet halt ohne Träger aus ohne Wuff 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 ohne Wuff Wuff alter halt die Schnauze hab ich gesagt so Leute dann geh ich aber grad mal in der Zeit eine schmoken die Schnauze bis gleich die Schnauze hallo hallo ja ich sage euch jetzt aber auch tschüss weil ich noch weiter aufräumen muss ok ok tschüss das süß die Schnauze auch die her Das ist ein dicker Toro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was kocht eigentlich, Herr Bernd? Macht er jetzt Tütchen auf, drüber, fertig. Sooo, alle gucken gerne. Oh, ich hab grad mal die Firmware von meiner Soundcard geflasht. Also, ich hab grad versucht, das über den Codec der internen Grafik zu machen, das sieht so scheiße aus. Ähm, boah, Alter. Was für OBS-Dinge hast du denn da drin? Wie, was für OBS-Dinge? Was für Settings? Ja, du kannst da nicht viel einstellen, du hast zum Beispiel... Ich weiß... Äh, ich hatte... Ich hab zum Beispiel einfach, äh, oben auf den einfachen Modus...